Camping ist heute Treffpunkt einer Gruppe Drehaugelspieler. 18 Frauen und Männer aus Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden haben sich angemeldet. Mit teils selbstgebauten Geräten will man dem Publikum nostalgische Musik präsentieren. Mit meiner Kamera dabei bin ich gespannt, was mich erwartet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik